Was haben die gemacht? Ja, die haben die Happy weggeboxt, wo die einkaufen. Fuck, Martin. Im 24-7 haben die einfach umgeboxt, oder was, Martin? Haben die irgendwas gesagt, Martin? Weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Alright. Wollen die Krieg, oder was? Ja, die wollen Krieg, ja. Die waren auch falsch. Beim Bennys haben eine große Fresse gehabt. Sind zu Panda gekommen und haben gemeint, warum die sich so scheiße geschmiert und so. Warum die so hässlich aussehen und so. Ernsthaft? Ja, dann hat Panda gemeint, hat dann die Farbe in dem Gesicht kam, hat dann noch von deiner Mutter letzte Nacht und so ein Lach. Oh, oh, oh. Wie viele sind das denn? Ja, das sind, lass mich lügen, sind jetzt gerade bestimmt gut, bestimmt zehn Stück. Ah, okay. Auf einmal so viele? Ja, jetzt ist die Frage halt, ob das eine Purple mit dem anderen Purple jetzt wieder zusammenhängt, oder ob das alles ein einzelnes Ding ist, weil ich bin mir da gerade ein bisschen... Nicht sicher. Ja, ich bin verwirrt, weil der eine hat, so wie er aussieht, der hat das letzte Mal mit uns zusammen getalkt, mit mir und Paco. Ja, wo wir da waren, wo wir da waren, und jetzt stand der gerade da und machte den Decken und so. Verstehe ich? Hm, komisch auf jeden Fall. Also, entweder die haben ihren damaligen OG oder Second OG oder was, so andere war es beseitigt, ne? Ja. Und haben das auf andere Art geklärt, oder, ja, keine Ahnung. Hm. Oder... Oder sie haben halt jetzt Eier geklärt. Wir hatten ja vorhin... Du sagst ja, die Lilan haben ja vorhin Stress geschoben, ne? Mhm. Ja, da hast du dich hingelegt, es war eigentlich alles normal, wir sind in den Kreis gestanden. Ich hatte zu viel Geld in der Börse und hab halt gesagt, ja, wie schnell einzahlen. Gut, ich geh von Penis weg, geh Richtung Laden und merk halt schon, wie ich verfolgt werde. Ich geh in den Laden, seh, dass zwei Lilan in der Nacht kommen. Ich geh wieder raus aus dem Laden, so laufen wir nach und sagen, es ist stehen bleiben. Ich sag dann so, ja, was ist denn jetzt? Und sie so, wie kommt es eigentlich, dass deine Leute so frech sind? Dann sag ich so, erstens habt ihr angefangen, indem ihr sagt, dass er Bogenscheiße in der Fresse hat. Also, wenn ihr nicht ausdauern könnt, dann lasst es, äh, wenn ihr nicht einstecken könnt, dann lasst es einfach. Ja, dann hab ich den Basi bekommen. Ja, das ist halt das Problem, du fängst mit dem Beef an, dann kommen hundert andere noch dazu und wollen mitspielen, weißt du nicht mehr? Dann lass mal noch ganz kurz, wenn da gerade Paco sagt, wer war gerade grün mit Lila am reden und hier ist gerade grün vorbeigefahren, mit Fragant, dann warte mal noch kurz, wenn du... Auto? Guck, ich hör schon, ich hör schon, der erste Auto. Guck, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon. Guck, ich hör schon, ich hör schon. Guck, ich hör schon. Guck, ich hör schon.